So, halli, hallo, hallöle zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. Leider ein bisschen länger her, die letzte Folge. Tut mir leid. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich spiele das nicht mehr über Ubisoft von Plus, sondern über die Xbox. Also ich habe mir das jetzt, die Ultimate-Version, auf der Xbox gekauft und spiele das jetzt. Zweitens, ich habe mich jetzt ein bisschen woanders hin bewegt und zwar bin ich jetzt hier, weil ich diesen Jungen-Kapazitator-Ladung da raus holen will. Und ich mache das jetzt einfach mal, oder ich versuche das zumindest. Ich weiß nämlich nicht, wo das Ding ist. Aber scheinbar irgendwo da. Oh, hier war einer. Ach du Scheiße. Oh nee, bitte nicht. Nein, du siehst mich nicht. Ich muss gerade mal hier runter. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Hey, wollt ihr mich verarschen? Die sind da. Siehst du was? Gehen wir da rein? Äh. Der ist schon mal richtig. Gut, dann haben wir. So. Jetzt können wir als Beispiel den, 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 den. Dann ist der da. Äh, der war da falsch. Äh, nehmen wir den da. Den da. Oh Gott. Ich glaube, es hackt, Alter. Ist das Vieh hinterhergekommen, oder was? Fähigkeiten anzeigen. Oh, locker. So. Ein Akkubeschleuniger. Brauchen wir noch, äh, Dings. Wo finden wir die denn? Häufig finden sie, genau. Also wir bauen jetzt noch Akkubeschleuniger. Aber ist egal. Ich finde das übrigens genial. Willst du mir jetzt erzählen, du bleibst da hinten stehen, oder was? Hrrr. Nix. Pass auf. Jaja, alles gut. Äh. Puh. Was ist das hier eigentlich? Ach, guck mal. Den habe ich... Ich wollte doch gerade sagen, das ist ein bisschen zu... Auf da jetzt. Aber jetzt hoch. Mensch, jetzt geht's vor jetzt. Ja. Alter. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und go. Warum ich das gerade mache, ist das hier. Ich glaube, wir müssen uns mal nochmal Übersicht verschaffen. Ähm. Ähm. Da. Und zum Beispiel die hier, ne? Ich glaube, wir müssen uns mal um. Hm. Imps. So. Ja. die hier weil da muss ich rein das werden also so ein monster scharfschützen wäre natürlich richtig geil den kann ich schon gar nicht mehr markieren das problem ist ich muss die versuchen auch so zu erledigen dass die mich nicht erkennen damit mein erkennungswert hier nicht ist weil ich habe keinen bock wieder ich habe mich auch keine lust hier wie mit diesen komischen mega sturm troppler hier todes troppler mich wieder anzulegen weil das war ein bisschen ich glaube wir können nein zum glück ist das vorbei So, jetzt haben wir jetzt mal den hier aus außen weg geschafft. Weil meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir irgendwie hier hinten lang kommen. Am Ende der Welt! Sieht eigentlich nice aus, ne? Ah, hier gibt's hier keinen, äh, den Foto-Modus haben wir hier ja nicht, ja, ja, alles gut. So, also mein Vorgehen ist jetzt eigentlich, dass wir hier... Shit! Oh Gott. Ich nehme den da, ne? Ah, oh nee. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir von der anderen Seite rankommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt so eine Sturmtruppler, äh, 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 Anzug haben, ne? Das wär's jetzt richtig. Festhalten! Festhalten! Ich habe mir 400 Leute in there. Oh, 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 oh. Gibt es denn die Möglichkeit? Hier wird es keine Möglichkeit geben, ne? Hier ist auch wieder in der... Also heißt das mit anderen Worten, ich muss versuchen, da rein und frontal oder was? Kann ich sein, Alter. Muss die der beiden irgendwie da ausschalten. Ich wette, die Toscharaner haben die schnellsten Gleiter der Galaxis. Okay. Mein Problem ist, ich muss... Mein Problem ist, dass wir... Ich weiß nicht, wie viele hier noch rumlaufen, ne? Also da. Ich musste mal gegen einen Gamorreaner kämpfen. Das gesamte Team musste ran, damit wir ihn überwältigen. Aha. Was ist das denn da, Alter? Das Spiel muss ja schwieriger werden. Auch Bombe? War wohl nichts. Meine Glückssträhne hält an. Genau das Richtige. Das glaube ich nicht. Wenn die da entdeckt werden... Ich hab gedacht, die ich kann nie werfen, ne? Wollt ihr mich verhohnen und püppeln? Hier ist doch ein Vieh. Hier ist doch irgendein... Irgendein Vieh. Ei, 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 ei. Ich bin nicht grad, ob da ein Vieh. Die drei. Die kriegen den... Wie kann ich denn hier schießen, Alter? Achso. Festhalten. Oh Gott. Also gut. Ganz ruhig. Los, ich sag, ich rufe versterblich. Zentrale, hier gab es ein schweres Verbrechen. In Ordnung. Neutralisieren Sie die Gesuchte auf der Stelle. Durchkett das Gebiet. Was ist das Gebiet denn? Du wüsst ja gar nicht, wo ich bin. Oh Gott, da darf ich nicht eigentlich runter, ne? Fanny, wieso kann der mich holen? Also wieso macht der auf einmal Alarm, Alter? Da ist das Vieh. Ich vermute, sie ist weg. Was ist da los? Nicht schlecht, was, nix? Äh, nicht. An alle Einheiten. Eine sehr gefährliche Kriminelle wurde in ihrem Bereich gemeldet. Suchen Sie weiter. Sie darf uns nicht entkommen. Junge, die kniffte ist aber nicht der Hit. Also, es ist so. Also, es ist so. Leise, nix. Leise. Okay. Hey. Hallo? So, wir sind schon mal hier. Was siehst du? Klingt gut. Ist das keiner, oder? Oh Gott. Ich habe nur gehofft und gebetet, dass das funktioniert. Ja, bitte brechen Sie da ein. Oh Gott, ich hasse es, ne? Ich kann ihn auch nicht markieren, ne? Da ist einer, da ist einer. Mein Ding ist... Ja, wer ist soweit? Ich bin an der imperialen Anlage Wacker. Gut, nicht vergessen. Ein Klasse-11-Energiekern. Er ist vermutlich in einem Ingenieurbereich, an einem sicheren Ort. Such nach einem Büro oder einem kleinen Raum. Hat der da eine Railgun? Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Keine Vorformnisse. Ich will erst mal hier etwas, das sie Windfischen nennen. So was hast du noch nicht gesehen. Aha. Ich würde gerne den... Was war das denn? Was siehst du? Ich will die erstmal hier außen rum alle legen. Das Hauptlager hat sich gelockert. Da muss mir jemand zur Hand gehen. Tob dich aus, Nix. Sehr gut. Wir kriegen das hin. Die ist richtig. Der ist richtig. Dann können wir mal eins probieren. So. Das heißt, wir haben jetzt nur... Sauber. Äh... Kann man was deaktivieren? Sicherheitstüren sind geöffnet. Wir müssen irgendwo... Wir müssen irgendwo... Irgendwo hier... Gut. ...drei X-Flügler in einer Luftschlacht abgeschossen. Mhm. Was? Wir müssen nachsehen, was das war. Was ist denn der dritte hier? Wir bezahlen uns einfach nicht genug. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, den Turbolift zu rufen. Dann vergehe ich erstmal da hin. Ich will gerade sagen, der war da gerade. Da unten ist so einer drinnen. Ich überlege gerade, was gerade besser ist. Oh Gott. Das war natürlich komplett der falsche Ansatz. Ich weiß nicht, warum ich geschossen hab. Da ist auch nix. Ich lauf hier einfach so rum, alter. Äh... Und die hoch, oder was? Weg, weg mit dir! Ich verstanden. Bleibe wachsam. Gott. Das Ding ist, wenn ich das hier so hoch jage, ne? Nix. Jagd das hoch. Was? Fein. Nicht jetzt! Aber wohl doch nichts. Ich hol jetzt erstmal hier wieder ab. Begabt. Begabt. Na gut, nix. Hol sie dir. Nix, der Lüftungsschacht. Das kann ich mittlerweile relativ gut. Hätte ich beinahe gesagt. Äh... Dann hoffentlich genau von mir vor dem Gesicht drum. Irgendwo. Sind die ja, ne? Was ich jetzt überlege, ist, dass sind voll hier rein, ne?